Hallo, hier ist Markus Hab. Heute habe ich einen ganz spannenden Brennpunkt, und zwar den ich angekündigt habe über Kirche und AfD. Ist die AfD mit christlichem Glauben vereinbar? Ist sie mit Kirche vereinbar? Dürfen Christen überhaupt wählen und politisch sich engagieren? Ich höre diese Frage immer wieder. Und ich will also hier zeigen, wie die Kirche sich auseinandersetzt und oft wirklich mit einem mangelnden Demokratieverständnis. Ich will mit euch einige Artikel und Zitate durchgehen und auch wirklich einen skandalösen Umgang eines Diakonie-Vorsitzenden, der seinen Mitarbeitern angedroht hat, sie zu kündigen, wenn sie AfD wählen oder Mitgliedern der AfD sind. Und wir werden sehen, dass das im Grundgesetz verboten ist. Gib ein Like für das Video, dann verbreitet es sich auf YouTube und dann unterstützt mich doch mit einem Abo, damit du künftig keine Videos verpasst. Legen wir los. Hier beginnt die Ideaspektrum in ihrer Ausgabe von dem Mai 2024. Kirche und AfD, ja, unvereinbar, unversöhnlich, unchristlich. Und der Eröffnungsartikel ist die Frage, wie gehen wir mit der AfD überhaupt um? Und das ist, denke ich, eine sehr wichtige, relevante Frage. Und die AfD ist etwas, womit man sich theologisch gemäß der Bibel auseinandersetzen muss, sagt er. Und viele der Unvereinbarkeitsbeschlüsse der Kirche und Diakonie sind nie wirklich theologisch begründet worden. Es wurde einfach vorausgesetzt, dass man seinem Bauchgefühl folgt und sagt, ja, die AfD, wie das die Massenmedien sagen, und die Ampelparteien, ja, ist rechtsaußen und ist nationalistisch. Und darum müssen wir als Kirche und Diakonie auch dagegen sein. Und das ist ein völlig falscher Umgang. Und das ist eine unbiblische Ausgrenzung in einer Demokratie von Kirchenmitgliedern oder Christen, die das Recht haben, auf eine freie Meinungsäußerung und auch eine Partei zu wählen, von der sie glauben, dass es ihre Interessen am besten vertritt. Also der richtige Umgang mit AfD ist wirklich, eine Debatte zu führen und sich das Programm anzuschauen. Ich werde mir mit euch ein paar Programmpunkte anschauen. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, als die AfD ein Sofortprogramm herausgab. Ihr findet das auf meinem YouTube-Kanal. Du kannst es mit Suchfunktionen finden über AfD. Gib einfach AfD ein. Und dann habe ich die Fragen gestellt, bei jedem der 13, 14 Programmpunkte, ist das hier bürgerliche Mitte oder ist es rechtsradikal? Und die überwiegende Mehrheit von euch und von meinen YouTube-Zorschauern hat gesagt, das ist alles bürgerliche Mitte, das ist nichts rechtsradikal. Und hier sagt wieder ein weiterer Kommentator, der Kirche fehlt ein klares Demokratieverständnis. Sondern man muss wirklich sich fragen, was vertritt hier die AfD und ist das, selbst wenn es eine unliebsame Meinung ist, muss ein Demokrat dies im politischen Diskurs behandeln und nicht durch Druck als Arbeitgeber. Und die politische Willensbildung braucht Debatte über alle Themen. Und darum darf es in einer Demokratie keine Brandmauern geben, weder von Parteien noch von der Kirche. Und wenn wir Brandmauern haben und wenn wir Tabuthemen haben und sagen, ja, wir sind für begrenzte Immigration, wir sind für Ausweisung von illegalen Einwanderungen und du wirst dann gleich in die rechtsradikale Ecke geschoben, dann ist das ein verfehltes Demokratieverständnis. Sagt doch mal eure Kommentare, wie ihr das seht, dass wir zu wenig Dialog haben und dann gleich hier mit Totschlag-Argumenten in eine rechtsradikale Ecke gestellt werden oder undemokratisch sein. Undemokratisch ist, auszugrenzen und Dialog zu verbieten. Hier die EKD, die Kirche in derselben Ideaspektrum, verliert 2023 600.000 Mitglieder, 380.000 durch Austritte, das ist eine Großstadt, 340.000 durch Sterbefälle und demgegenüber stehen 140.000 Taufen durch Besprengung, oft auch Kinder, Babys, was übrigens in der Bibel nicht zu finden ist, sondern nur Glaubenstaufe, Erwachsenentaufe und nur 20.000 Neuaufnahmen. Und wodurch kommen diese Kirchenaustritte? Frage dich das einmal. Ich glaube, dass es durch eine fehlende, wachsende Glaubwürdigkeitskrise geschieht, dass die Kirchen immer weniger relevant sind in den Themen, die sie ansprechen und dass sie auch die Werte und den Glauben der Bibel verraten. Wir sehen das in dem Kampf gegen den konservativen Pastor Olaf Latze, der Bremer Martini-Kirche, wo gegen die Kirche ins Gericht geht und ihm vorwirft, dass er für Ehe zwischen Mann und Frau ist, ausschließlich, und dass er gegen die LGBTQ-Bewegung ist. Kein Wunder, dass solch eine Kirche, die das Wort Gottes verrät, schrumpft. Es gibt übrigens Studien, dass konservative Gemeinden, die die Bibel, den Glauben an die Bibel, an Ehe, an Familie, an Treuen der Sexualität zwischen Mann und Frau, dass diese Kirchen wachsen, die sich für konservative biblische Werte einsetzen, Kindern der Ehrfurcht vor Gott und in den Zehen Geboten zu erziehen. Wenn Kirchen dafür einstehen, dann kommen Menschen und sind treu mitzuarbeiten und es gibt ihnen Nahrung für ihre Seele, weil Gottes Wort ist Nahrung für unseren Geist, Seele und Körper und baut unser Leben. Hier sehen wir eine dramatische Statistik. 1950 gab es noch 41 Millionen evangelische Christen, 25 Millionen Mitglieder in der römischen Kirche, römisch-katholisch. Dann liefen sie gleich auf im Jahr 2000. Da gab es genauso viele evangelische Christen wie katholische Christen. Und zwar in etwa 28 Millionen. Und dann, wenn du heute 2023 siehst, sind beide Kirchen dramatisch weiter geschrumpft auf nur noch 20 Millionen katholische Christen und 18 Millionen evangelische Christen. Dramatisch. Und mittlerweile 44 Millionen konfessionslose, andersgläubige Menschen in Deutschland. Das ist ein Drama. Das waren 1950 nur eine Million konfessionslose und andersgläubige. Das muss man sich mal vorstellen. Heute sind es 44 Millionen. Das würde ich eine dramatische Trendwende nennen. Und hier ist eine weitere Statistik. Da seht ihr, dass die ganzen Kirchen, hier auf die evangelische Kirche, bei der katholischen Kirche ist genauso, um drei Prozent pro Jahr schrumpfen. Wir sehen hier von 19 Millionen auf 18,56 Millionen. 3,1 Prozent Schrumpfung pro Jahr. Das ist ein Sturzflug. Das hört sich wenig an pro Jahr. Das sind in zehn Jahren 30 Prozent. Wenn das also so weitergeht, dann wird die Kirche nur noch zwölf Millionen Mitgliedern zehn Jahre haben. Und in 30 Jahren sind es 100 Prozent, wenn wir jetzt von drei Prozent Schrumpftum ausgehen. Warum passiert das? Wegen dem Verrat biblischer Werte, dass evangelische und katholische Kirchen Homosexuelle und Lesben segnen und in der evangelischen Kirche sogar verheiraten. Hier sehen wir die LGBTQ-Flagge. Eine Verspottung Gottes und eine Rebellion gegen den Gott der Bibel. Das ist ein falscher Regenbogen. Nicht der Regenbogen, der nach der Sintflut kam, wo die Menschheit wegen Dekadenz und auch dämonischer Anbetung falscher Götter untergegangen ist. Da hat Gott einen Regenbogen gegeben, hat gesagt, ich will einen neuen Bund machen mit der Menschheit, einen Neustart, einen Neubeginn. Ich werde nie wieder die Menschheit auf diese Weise vernichten. Aber es wird ein Endgericht kommen. Und wir erleben Gerichte in den Kirchen. Ein dramatischer Verfall der Kirchen. Und 2000 katholische Geistliche wollen Lesben und Schwule weiterhin segnen. Und der Vatikan hat sich mittlerweile gebeugt. Das sind Dinge, die wirklich Gottes Gericht bringen und wo Menschen sagen, das ist nicht mehr meine Kirche. Ich glaube, dass viel, viel mehr Menschen an Gott glauben, auch an Jesus glauben in Deutschland. Aber sie sagen Gott ja, Kirche nein danke. Und viele dieser Menschen suchen auch eine Partei, die biblische christliche Werte vertritt. Was sagt die Bibel über unser Engagement für die Gesellschaft? Jesus hat gesagt, tut Buße von euren Sünden, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er sagte, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Ja, weil es vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Es ist nicht von dieser Welt, aber es ist für diese Welt. Und Jesus sagt in der Bergpredigt in Markus, in Matthäus Kapitel 5, Matthäus 5, 13 bis 16, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz fade geworden ist, womit soll gesalzen werden? Es taugt nichts, als von den Menschen hinausgeworfen und zertreten zu werden. Also wir sollen die Welt würzen mit Wahrheit, mit biblischen Werten. Wenn aber das Salz fade geworden ist durch Auflesung der biblischen Werte, durch LGBTQ, dann wird es hinausgeworfen von den Menschen. Dann ist es untauglich geworden. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf dem Berge kann nicht verborgen bleiben. Man zündet eine Lampe an, damit sie auf den Leuchter kommt, nicht unter das Bett gestellt wird. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen, euren Vater, der in den Himmel ist, preisen. Unsere guten Werke können auch gerechte Gesetze sein, gerechte gute Politik. Weil wenn Gott Menschen beruft, Politiker zu werden, ist das ehrenwert. Genauso wie Lehrer oder Bäcker oder Erzieher. Genauso ist Politiker ein Beruf, wo wir Licht und Salz sein können in der Gesellschaft. Weil Politik bestimmt auch, was in der Gesellschaft passiert. Hier noch ein Beispiel, wo ein Pastor sagte, im Schlussgottesdienst des letzten Kirchentags im Juni 2023, Gott ist quer. Ich habe darüber ein Video gemacht. Schau dir das unbedingt an. Gott ist nicht quer. Wo Quinten Cäsar sagte, ja Gott wäre quer. Und er erkennt verschiedene Geschlechter an. Dazu schrieb jemand auf X, Claudio Casula. Er schrieb, Gott ist so quer, dass er den Menschen als Mann und Frau schuf. Erste Buch Moses, Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Könnte ein Quinten Cäsar wissen, wenn er die Bibel gelesen hätte. Kein Wunder, dass wir diesen Abstieg der Kirchen sehen. Die Menschen sind unzufrieden mit der Entwicklung unserer Gesellschaft. Dass mittlerweile radikale linke Agenten regieren. Die alles verpönen, wo wir sagen, ja unser Vaterland, Deutschland, muss es gut gehen. Da wirst du ja in Deutschland schon verfolgt, wenn du sagst, ja dem deutschen Volke muss es zuerst gut gehen. Hier sehen wir im Reichstag, wo das geschrieben wurde. Übrigens 1916 mit 16 Metern Länge auf dem Reichstag angebracht. 1916 wurde das angebracht. Die Buchstaben sind 60 Zentimeter hoch. Dem deutschen Volke. Und das deutsche Volk hat eine über tausendjährige Geschichte. Und es bestand aus vielen, vielen Völkern. Wir haben eine gemeinsame Kultur des christlichen Abendlandes, der Musik, der Kunst. Martin Luthers Teil davon. Auch Gläubige, Preußenkönige, katholische Kaiser und Könige. Wir haben eine reiche christliche Kultur in Deutschland. Und das ist etwas, was gestärkt werden muss. Der Bertelsmann Verlag wurde als christlicher Verlag gegründet. Wissen viele nicht. Brockhaus auch. Es wurden am Anfang christliche Bücher und Traktate gedruckt. Und dann sind es heute die größten Verlage Deutschlands geworden. Aber die Wurzeln sind christlich. Hier sehen wir das dem deutschen Volke. Die Geschichte des Bronzegießers Löwi, der den Auftrag bekam, 1916 hier diese Buchstaben am Bundestag anzubringen. Heute wird verboten, dass du die deutsche Flagge trägst an vielen Orten. Die Polizei hat es einkassiert. Solche Dinge passieren in Deutschland. Das ist absurd. Und hier alles darf gesagt werden. Nur wenn wir für konservative, biblisch-christliche Werte eintreten, für die Ehe zwischen Mann und Frau, dann ist das etwas, was verfolgt wird. Hier sagt unser Vizekanzler Deutschlands und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er sagt, Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste nichts mit Deutschland anzufangen und weiß es bis heute nicht. Er hat viele Jahre in Dänemark gelebt. Er fühlt sich fast wie ein Immigrant. Fühlt sich überhaupt nicht als Deutscher. Keine Vaterlandsliebe, bei ihm kein Patriotismus. Da sagte übrigens der bayerische Ministerpräsident, wer keine Vaterlandsliebe hat, kann unser Land nicht regieren. Also auf Wiedersehen für einen Robert Habeck, für eine Annalena Baerbock, für einen Olaf Scholz. Der sagt, Deutschland ist Einwanderungsland. Habeck singt die Hymne nicht mit. Im Bundestag, er verschließt seine Lippen, wenn die deutsche Nationalhymne gesungen wird. Was für eine fragwürdige Sache für einen Vizekanzler in unserem Land. Weiter mit Dingen über die AfD. Wir brauchen Begründungen. Die Kirche muss begründen, was ihnen am Parteiprogramm einer Partei nicht gefällt. Und das ist, was die Kirche komplett schuldig bleibt. Das ist doch sehr interessant. Schreibt mal eure Kommentare, wie ihr das seht. Wir brauchen eine Debattenkultur, auch in der Kirche unter Christen. Wir müssen über die AfD reden, über die Grünen, über die Ampelregierung, über das, was gut und schlecht ist in Deutschland. Und das machen Pastoren und Gemeinden viel zu wenig. Sie verurteilen ohne Begründung, sagt Professor Thorsten Schmidt, Rechtsanwalt und Honorarprofessor für Kirchen- und Staatskirchenrecht an der Universität Leipzig. Recht hat er. Er sagt, er hat alle Unvereinlichkeitserklärungen der Kirchen studiert und sie sind mit Allgemeinfloskeln gespickt, aber keine Begründung in der Tiefe. Und sie erwarten regelrecht wie ein Befehl, dass das Kirchenvolk einfach folgt. Aber sie folgen nicht. Bauchgefühl reicht nicht, sondern in einer Demokratie muss man wirklich Standpunkte begründen und belegen können, sagt er. Die Kirche ist ihren Mitgliedern rechenschaftspflichtig, warum sie etwas ablehnt. Es ist ja in Ordnung, etwas abzulehnen, wenn es unchristlich, unbiblisch ist. Aber das ist gegenüber der AfD bisher überhaupt nicht erfolgt. Also das einmal dazu. Denkt darüber mal nach und schreibt eure Kommentare. Was ist unvereinbar mit der AfD und dem christlichen Glauben? Das muss man begründen. Die AfD sagt, ja, wir wollen keine illegalen Einwanderer im Land. Ja, das ist absolut vernünftig und ist im Wohle des deutschen Volkes und unseres Landes. Und sie wollen die ausweisen, die kein Bleiberecht haben, was die Ampelregierung nicht macht. Und sie sagen, Kriminelle müssen schnell ausgewiesen werden. Und wir brauchen Einwanderer, die begabt sind und befähigt, aus allen Nationen Deutschland mit aufzubauen, die Wirtschaft auszubauen. Ich bin mit einer Südkoreanerin verheiratet und sie ist Deutsche, sie ist Deutsche Staatsbürgerin, sie liebt Deutschland. Ich kenne viele Ausländer, Philippinos, auch Vietnamesen, die Deutschland lieben. Und sie sind legal eingewandert und sie haben Firmen gegründet. Sie tragen bei zum Wohle Deutschlands. Und wenn du sie fragst, was bist du? Sie sagen, ich bin Deutscher, ich bin Deutsche Staatsbürgerin. Und sie sind stolz auf Deutschland. Und das darf man gemäß der Ampelregierung heute nicht mehr sein. Wo sind wir hingekommen? Hier sehen wir eine weitere Sache, ja, eine Unvereinbarkeitserklärung. Hier ein Beispiel der Synode der EKD. Und sie sagen, ja, man darf ausschließlich Parteien aus dem demokratischen Spektrum wählen. Und die AfD widerspricht in ihren Grundsätzen in keiner Weise dem christlichen Glauben. Aber da kommen keinerlei Beispiele und Begründungen. Ist das nicht absurd? Und sie spricht eine Wahlwarnung aus. Und sie sagt also hier eine gewisse Frau Fers, Kirsten Fers, sie sagt, ja, die AfD grenzt Minderheiten aus und gefährdet somit die Demokratie. Sicherlich meint sie damit, dass die AfD gegen LGBTQ-Agenda in Kindergärten und Schulen ist. Das ist keine Ausgrenzung von Minderheiten. Jeder kann seine sexuellen Präferenzen hinter verschlossenen Türen leben. Er wird Gottverantwortung schulden und dann geben müssen, unter ein Gericht kommen, ob das Gottes Willen entsprochen hat oder nicht. Ja, und er sagt hier, wer die AfD wählt, unterstützt eine Partei, die das christliche Menschenbild mit Füßen tritt. Das steht nirgendwo in ihrem Grundsatzprogramm und den Gebet gegen Gebote der Nächstenliebe verstößt. Also allgemeiner geht es nicht. Ja, und dann sehen wir hier, also die AfD ist nicht wählbar hier für die evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Sondern sie sagen, Kandidaten sollen demnächst in Zukunft versichern, in keiner extremistischen, kirchenfeindlichen Gruppierung oder Partei mitzuwirken, die sich rassistisch, religiös oder demokratiefeindlich äußert. Das ist etwas, was einfach allgemeine Unterstellungen sind, die nie bewiesen wurden. Das muss man einfach mal genau sich vor Augen führen. Hier mag sein, dass bisherige Äußerungen und auch Synodenbeschlüsse in Bezug auf die AfD auf einer solchen sorgfältigen Analyseprüfung und entsprechenden Belegen beruhen. Veröffentlicht wurden solche Belege und Dokumente und Gutachten bislang nicht. Auch für die eigenen Kirchenmitglieder sind die Äußerungen und Beschlüsse darum häufig nicht nachvollziehbar. Das ist zutiefst undemokratisch. Und das lässt das Vertrauen in die Kirchen schwinden. Und darum fühlen sich Menschen nicht mehr durch die Kirchen vertreten, weil sie unbiblische Christsein leben, wo Gott sagt, es ist mir ein Gräuel, dass Mann und Mann miteinander in sexueller Beziehung stehen. Nachzulesen im dritten Buch Mose, in Römer 1, 18 bis 31. Und die Bibel sagt, dass Gott die Ehe zwischen Mann und Frau gestiftet hat, damit Kinder im Schutzraum der Ehe aufwachsen und Gottes biblische Ordnung und Gebote kennenlernen von ihren Eltern. Dann ist eine Gesellschaft gesund. Hier, Kirche und Diakonie sind nicht gleichzusetzen. Der Chef der Diakonie hat gesagt, man darf nicht mehr in der Diakonie arbeiten, wenn man AfD wählt oder mit der AfD sympathisiert. Hier hat dann ein Journalist geschrieben, in der Ideaspektrum, sehr guter Artikel. Ist das strafbar oder nur sträflich? Und dann zitiert er den Paragraf 108 des Strafgesetzbuches. Und dort steht, ich lese das einmal vor, Wählernötigung. Wer rechtswidrig mit Gewalt, durch Drohung, mit einem empfindlichen Übel, das ist zum Beispiel Kündigungsandrohung, durch Missbrauch eines beruflichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisses oder durch sonstigen wirtschaftlichen Druck, einen anderen nötigt oder hindert zu wählen oder sein Wahlrecht in einem bestimmten Sinne auszuüben, wird mit Freiheitsstrafe, das Gefängnis mit bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von ein bis zehn Jahren verurteilt und bestraft. Der Versuch der Wählernötigung ist strafbar. Wow, das ist gewaltig. Das heißt, was hier Rüdiger Schuch gemacht hat, und das war also im Mai diesen Jahres, war strafbar. Ja, und er geht straffrei aus, weil sie hier von der Ampelregierung dies nicht zu einem Politikum machen wollen, weil sie seiner Meinung sind. Und das ist undemokratisch, ja. Und es wurde mittlerweile also zurückgewiesen, das Bundesverfassungsgericht würde sofort sagen, niemand darf bestraft oder bedachteiligt werden, weil er AfD wählt, Sarah-Wagenknecht-Bündnis, Grüne, Linke, ja. Wir sind in einem demokratischen Rechtsstaat. Und als Christen haben wir Verantwortung zu wählen. Ihr habt den Spruch mal gehört, Wenn gute Menschen nichts tun, dann werden die Bösen die Herrschaft übernehmen. Und wenn nur genug gute Menschen nicht ihre Stimme erheben und für gute Werte und für gute Politik, für Kinder, Jugendliche, Erziehung, Bildung, auch Außenministerium, Sicherheitspolitik, Wenn dort Christen nicht Licht und Salz sind, dann werden immer ungerechtere, falsche, unbiblische Gesetze erlassen werden. Hier ist noch eine weitere Sache. Und hier lesen wir, dass der württembergische Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl sagt in einem Interview, die AfD sei für Christen nicht wählbar. Das ist Einschüchterung, das ist eine undemokratische Aussage von Machtmissbrauch. Das ist Wählernötigung. In einer Demokratie dürfen solche allgemeinen Aussagen nicht gesagt werden. Die AfD hat in ihrem Parteiprogramm nichts Menschenfeindliches. Sie sind für Ehe und Familie. Sie sind für Freiheit und Demokratie, freie Meinungsäußerung. Sie sind für geschützte, sichere Grenzen. Und sie sind für eine Souveränität der deutschen Nation. Sie sind für die EU. Aber nicht für eine EU-Diktatur und eine EU-Parlament, das Deutschland regiert. Also verfehltes Demokratieverständnis habe ich hier schon gezeigt. Es gibt auch in der AfD eine Bundesvereinigung der Christen. Ich habe darüber vor zwei, drei Jahren berichtet. Und das Parteiprogramm der AfD wurde überdurchschnittlich von Christen 2013 bis 2015 mitbestimmt. Das wissen viele nicht. Überdurchschnittlich viele Christen. Christen in der AfD sind über 300 Christen engagiert, die im Bundestag sitzen, im EU-Parlament, in den Landesparlamenten in Deutschland. Auf das Fundament kommt es an. Und die Grundlage ist Jesus Christus. Das ist das christliche Menschen- und Weltbild. Ich glaube, dass die AfD ein viel biblischeres Weltbild hat als mittlerweile die Ampelparteien, die sagen, ja, es gibt viele Geschlechter. Das ist kein christliches, biblisches Welt- und Menschenbild mehr. Dann sehen wir ein Buch, das rausgekommen ist. Und das ist Bekenntnisse von Christen in der Alternative für Deutschland. Ich habe dieses Büchlein, ich habe es damals an viele verschickt, die es haben wollten. Ja, und es sind betende Christen, die wirklich wollen, dass eine Reformation Deutschlands passiert, dass wir zurückkommen zu dem Gott der Bibel und zu Jesus Christus. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich möchte mit euch noch mal kurz in das Programm der Alternative für Deutschland schauen. Ich werde das jetzt hier nur kurz anreißen. Wie gesagt, habe ich darüber ein Video gemacht. Und die AfD, die sagt, wir brauchen eine Politik im Sinne des deutschen Volkes, wird jetzt völkisch-national genannt. Ja, das waren vor 25, 30 Jahren, selbst die SPD. Willy Brandt hat vor über, hat vor 40 Jahren Politik mit Patriotismus für Deutschland gemacht. Ich glaube, dass Helmut Schmidt und Willy Brandt, die galten mir damals als Links, als ich Politik gemacht habe unter Helmut Kohl mit der geistig-moralischen Wende. Ich wollte damals Politiker werden. Ich habe ja in Hamburg Politik gemacht, wo Olaf Scholz auf meinem Gymnasium Hegen in Hamburg-Rahlstedt sieben Jahre vor mir Abitur gemacht hat. Und damals war die ganzen Parteien konservativ. Und die würden heute alle eine AfD-Position haben, sowohl die SPD als auch die FDP und die CDU sowieso. Die CDU war damals wirklich noch christliche Partei. Und hier sehen wir einfach mal die Themen. Ihr könnt dieses Grundsatzprogramm in Kurzform und Langform herunterladen. Und man muss die Parteiprogramme studieren. Von den Grünen, von SPD, von Sarah Wagenknecht, von der AfD, um ein mündiger Demokrat zu sein, ein mündiger Bürger. Und hier siehst du all die Themen, zu allen Themenpunkten hier Werte. Ich gebe nur ein paar Beispiele, Demokratie und Grundwerte. Als freie Bürger treten wir für eine direkte Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit sowie soziale Marktwirtschaft, Föderalismus, Familienförderung, die gelebten Traditionen deutscher Kultur. Richtig so. In der Nachfolge der beiden Revolutionen von 1848, 1989, die friedliche Wende und Revolution, die Wiedervereinigung Deutschlands. Ja, mit unserem bürgerlichen Protest den Willen, die nationale Einheit in Freiheit zu vollenden. Dazu gehört auch Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, was alles außer Kraft gesetzt wurde in den letzten Jahren. Auch durch Corona-Willkür. Und ein Europa zu schaffen, dessen souveräne demokratische Staaten einander in Frieden, Selbstbestimmung und guter Nachbarschaft verbunden sind. Und darunter kommen dann weitere Punkte. Ja, das, was wir brauchen, das entspricht biblischen Werten, Frieden. Die AfD ist für Frieden mit Russland, mit der Ukraine. Einer der Punkte ist auch, die Freundschaft mit Russland wieder zu etablieren durch Diplomatie. Wir brauchen Frieden in Europa. Zweiter Punkt. Also das ist bürgerliche Mitte. Europa und der Euro. Wir stehen für die Freiheit der europäischen Nation von fremder Bevormundung. Wie zum Beispiel Davos, ja. Das Weltwirtschaftsforum, absolut. Rechtsstaatliche Strukturen, wirtschaftlicher Wohlstand, ein stabiles, leistungsgerechtes Sozialsystem gehören in die nationale Verantwortung. Wir wollen in Freundschaft, guter Nachbarschaft zusammenleben. Wir lehnen die Vereinigten Staaten von Europa ab. Ebenso wie eine EU als Bundesstaat, aus der kein Austritt mehr möglich ist. Unser Ziel ist ein souveränes Deutschland, das die Freiheit, Sicherheit seiner Bürger garantiert, ihren Wohlstand fördert. Also Deutschland zuerst klingt wie das, was die Republikaner und Donald Trump wollen. Innere Sicherheit und Justiz. Sie sagen hier, wir brauchen einen sicherheitspolitischen Befreiungsschlag. Reformation des Rechtssystems. Schutz der Bürger wirklich innerlich, was überhaupt nicht mehr gewährleistet ist. Die Polizei stärken, Strafjustiz verbessern. Auch hier jugendliche Kriminelle wirklich gemäß Erwachsenenstrafrecht zu richten. Wenn man sich Vergewaltigung und Morde von Jugendlichen anschaut, dann denke ich, ist das absolut legitim. Außensicherheitspolitik. Und Sie sagen hier deutlich, die NATO sollte ein Verteidigungsbündnis sein, nicht Kriege führen, sondern wirklich nur die NATO-Mitglieder. Da gehört übrigens die Ukraine nicht dazu. Die NATO-Staaten verteidigen. Und wenn es zu einem Krieg kommt, ihn so schnell wie möglich durch Diplomatie beenden. Dann sehen wir Kultursprache, Identität. Das ist Punkt sieben. Ich habe ein paar übersprungen. Das Parteiprogramm hat also 15 Punkte. Wir brauchen eine deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus. Die AfD will das Kulturleben eben der deutschen und der deutschen Geschichte und Traditionen und des christlichen Abendlandes wieder stärken. Absolut richtig so. Und nicht die Ideologie, die das Deutschtum und Patriotismus kanzeln und löschen wollen. Also ihr Lieben, schreibt doch eure Kommentare, wie ihr das seht. Ich glaube, wir brauchen eine Politikwende, eine Reformation der Politik zurück zu christlich-biblischen Werten. Und wir müssen als Christen unsere Stimme für Gerechtigkeit und christliches biblischen Menschenbild von Mann und Frau erheben. Für das, was Gottes Willen entspricht. Schutz der Kinder. Kinder sind in der Schule zu lernen und sich vorzubereiten auf das Leben. Nicht, um Sex zu haben. Freie Liebe, freien Sex. Dass Kondome verteilt werden. Kinder müssen geschützt werden vor Sexualisierung. Und wir brauchen sichere, geschützte Grenzen. Und wir können nicht hauptsächlich Immigranten aus muslimischen Länderngründen aufnehmen zu 10 Millionen, 15 Millionen. Syrien ist mittlerweile keine Kriegsgefahr mehr. Und Menschen können zurückgewiesen werden, weil auch das Asylrecht ist kein Dauerrecht. Das sagt die AfD. Das ist ein Schutzrecht von politischen Flüchtlingen oder Menschen in Lebensgefahr. Das ist in Syrien nicht mehr der Fall. Und selbst Syrien fordert, dass Syrer zurückgeschickt werden. Was macht die Ampelregierung? Sie will sie einbürgern und deutsche Pässe geben, obwohl sie sich noch nicht einmal beruflich integrieren, unsere Sprache nicht kennen und unsere Werte und unsere christlichen abendländische Kulturen nicht teilen. Und dagegen ist die AfD und ich glaube, das ist, was wir wirklich brauchen, Einheit Deutschlands. Wir brauchen Ausländer aus allen Nationen, die Deutschland lieben, die sagen, ich will Deutschland dienen. Wie Kennedy sagte, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für Deutschland tun kannst. Und wer das christliche Abendland ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. Viele Moslems, auch die Türken, haben sich in Deutschland friedlich integriert. Und ihnen gehört unsere Sympathie und Daumen hoch. Aber Moslems, die ein Kalifat ausrufen und die versuchen, Deutschland zu islamisieren, dieser Islam, der radikale Islam, gehört dann nicht zu Deutschland, weil er unser Grundgesetz, unsere christliche, demokratische, freiheitliche Ordnung unterläuft. Und wir müssen das christliche Abendland schützen. Das war mein Video, mein Brennpunkt über Kirche und AfD. Ich glaube, dass die AfD, sie hat einen der größten politischen YouTube-Kanäle. Ich will irgendwann mal ein Video rausbringen. Schreibt mal eure Kommentare, ob ihr das gut befindet, dass ich mal die größten führenden, christlichen und konservativen, politischen YouTube-Kanäle aufliste und vorstelle. Wenn dich das interessiert, schreib mal deinen Kommentar, ob ich so ein Video mal machen soll, die größten politischen YouTube-Kanäle. Dazu gehört übrigens der der AfD. Die Ampel-YouTube-Kanäle liegen alle unter 30.000. Die AfD hat, glaube ich, über 300.000. Und Sarah Wagenknecht, ein Medienphänomen über 600.000. Schade, dass sie jetzt auch eine Brandmauer gegen die AfD errichtet hat und jetzt zum Steigbügelhalter der CDU werden will, wo ja ein Friedrich Merz auch als Blackrock-Aufsichtsrat und Manager eben auch Establishment ist und sehr, sehr stark die Interessen des Weltwirtschaftsforums der USA und von Davos vertritt. Abonnier doch meinen YouTube-Kanal, unterstütze mich mit einem Abo, damit du keine gesellschaftsrelevanten und geopolitischen Videos aus christlicher Sicht verpasst. Und schreib deine Kommentare. Du kannst mich auch unterstützen oder uns, besser gesagt, Neues Leben Berlin, unsere Gemeinde in Berlin. Wir verkünden das Evangelium tausenden von Menschen in Berlin und wir sind dankbar für jede Spende. Und du kannst mir auch eine E-Mail schreiben an info.neuesleben.berlin. Vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast und ich freue mich, deine Kommentare zu lesen. Ich lese die Kommentare immer gründlich und wenn da Likes sind, kommen die auch von mir und manchmal schreibe ich auch einen Kommentar zu Kommentaren und ich danke dir, dass du meinen YouTube-Kanal unterstützt mit deinem Abo und auch durch deine Kommentare. Gottes reichen Segen!